Ja, nochmal ganz großes Kompliment und Dankeschön an Burkhard und Maria für diese wirklich sagenhafte Reportage. Bei unseren VIPs geht es gleich weiter mit einem sagenhaften Kindersiegen. Dreierpack für Bushido. Der Rapper wird schon wieder Vater und diesmal sind's gleich eineiige Drillinge. Solo mit knapp einer Milliarde. Vor einem halben Jahr hat ihn Nathalie Volk für einen Hells Angels Rocker verlassen. Wie geht Frank Otto damit um und was ist er wirklich für ein Typ? Wenn Sie mich kennenlernen, dann werden Sie sich von dem richtigen Frank kennenlernen. Wir versuchen's bei ihm zu Hause. Bitterböser Zoff zwischen Sarah Engels und Oliver Pocher. Es geht um ihr zweites Baby. Jetzt ist die werdende Mutter so richtig sauer auf den Komedien. Und ich hab eine Frage. Wer bringt die Post? A, der Briefträger oder B, der Stahlträger? Wenn Sie bei uns durchkommen und ich Ihnen die Frage stelle und Sie richtig antworten, dann haben Sie schon 1000 Euro gewonnen. Stellen Sie sich das mal vor. Und in unserem Jackpot warten weitere 120.000 Euro. Die sind nicht so leicht zu verdienen. Ich geb's zu. Aber trotzdem kann ein Anruf sich ja bei uns lohnen. 01379 10 11 12. Versuchen Sie's doch mal. Ich drück Ihnen auf jeden Fall die Daumen und bin gleich wieder hier bei Ihnen. Die heutigen Sonnensieger sitzen auf jeden Fall im Norden. An der Nordsee bei Bremerhaven ist und bleibt es richtig schön. Der unwettergeplagte Süden liegt weiter in der schwülen Luft. Damit sind heute Nachmittag hier in Baden-Württemberg lokal wieder heftige Platzregen möglich. Das ändert sich auch morgen noch nicht. Im gesamten Süden und über der Mitte bleibt's gewittrig. Ansonsten erwartet uns ein freundlicher Tag. Die Temperaturen erreichen dazu sommerlich warme 20 bis 27 Grad.